Einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Wie ihr seht, na gut, ist halt Aufkleber drüber. HelloFresh ist gekommen. Wir haben hier wieder Mittwoch. HelloFresh ist wieder da und jetzt wollen wir mal auspacken, gucken was schöne drin ist. Ich werde euch nachher auch ein bisschen Fazit geben. Nachdem wir jetzt schon eine Woche HelloFresh getestet haben. Also das kann ich euch schon mal sagen, wir sind begeistert. Für so ein Riesenpaket habe ich eindeutig zu wenig Platz. Ich muss mal gucken, dass ich hier ein bisschen Platz bekomme. Wir haben hier wieder ein Vorteilsangebot. Haben wir mit bei? Da gucken wir gleich mal rein. So, da haben wir Weinfürst 30 Euro. Blumen und Wild 15 Euro Rabatt. Die haben wir jetzt mit dabei gehabt. Weinkunde ist jetzt, also ein Weingutschein ist für uns jetzt eigentlich eher, naja, also wir trinken beide keinen Wein. Meine Frau nicht, ich nicht. Wir trinken auch keinen Alkohol. Aber hier mit den Blumen, das ist ganz interessant. Müssten wir mal gucken, wie lange das gilt. Weil ist ja bestimmt wieder irgendein Feiertag, wo man Blumen schenkt oder so. Meine Frau sagt mir das immer rechtzeitig. So, dann würde ich nämlich jetzt erstmal hier eins, zwei, drei, vier, fünf Pakete. Oh, was haben wir denn hier noch? Dann nochmal das extra. Ach, hier unten ist auch wieder was drin. Wäre beinah rausgefallen, unten durchgeflutscht. Da gucken wir auch gleich rein. Bisschen sehr offen, oben wart auch. Und Brot. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die einzelnen Sachen auspacken, machen wir erstmal den großen Umschlag. Dann kann ich euch schon mal sagen, was wir jetzt haben. Ich habe das nicht im Kopf. Juna hat wieder ein Paket für sich entdeckt. So, und wir haben jetzt hier fünf Essen. Ich gehe jetzt einfach mal unchronologisch vor. Ich zeig bitte die Lebensmittel in die Kamera. Ja, ich zeig die Lebensmittel in die Kamera. Penne mit Seelachs und Paprika. Das sieht wirklich nach dem Kochen genauso lecker aus wie auf den Bildern, muss ich so sagen. Gebratenes Rindersteak mit Kräuter Zucchini. Da war ich halt neugierig drauf. Ich bin eigentlich eher, meine Frau sagt immer, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. So bin ich. Hat sie auch komplett recht. Will ich jetzt nicht abstreiten, dass er da Unrecht hat. Aber hier wollte ich jetzt auch mal ein bisschen was testen. Scharfe Tomaten-Paprikasuppe. Ja, das ist dann, für die Kleine müssen wir das dann irgendwie verdünnen und für mich auch, weil ich bin kein scharfer Esser, aber meine Frau ist gern scharf. Und wenn man so ein Paket holt, dann holt man halt auch mal Sachen, die man jetzt nicht so, sondern die Frau lieber mag oder das Kind und auch Sachen, die ich lieber mag, wo Frauchen dann sauren Appel beißt. Wir sind auch noch nicht richtig wach. Die Kleine hat uns die Nacht schön wachgehalten. Buletten mit Rahm-Kohlrabi. Was magst du? Ja, Kohlrabi jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so. Nach dem, nach dem Vital Body Plus ich da so viel Kohlrabi und mich rein geschaufelt habe, weil das andere alles nicht meins war. Da bin ich selber schuld, aber ich will halt Kohlrabi noch mal eine Chance geben und das Bild sah lecker aus mit den Buletten und so. Und ich will halt mal gucken, wie lecker die Buletten sind. Im Gegensatz, meine Frau hat ein Bulettenrezept, Leute. Oh, da tropft mir jetzt schon ihr Zahn, alleine nur, wenn ich daran denke. What the fuck? So, ich mache am Ende des Videos, mache ich dann auch noch mal eine Zusammenfassung von letzter Woche. Auf der Seite, wo das fertige Gericht abgebildet ist, da sind die Tipps für Kids. Ach, da sind die Tipps für Kids? Ah, da sind die Tipps für Kids. Was ich letztens gesucht hatte, da sind sie. Und sind die hilfreich, Schatzi? Für größere Kinder, 4, 5, 6, ja. Also für größere Kinder, 4, 5, 6, sagt meine Frau, sind die hilfreich. Unsere ist ja gerade mal anderthalb. So, also würde ich jetzt sagen, wir fangen einfach mal an. Wir haben jetzt hier Nummer 13, da muss ich doch das noch mal rausholen. Und die Nummer 13 suchen. Das ist das Pilz Fiorelli mit Bacon und Basilikum-Rahmen. Da haben wir jetzt hier nur ein Beutelchen. Das wird auch wieder sein, dass da der Rest in dem großen Beutel hier sein wird. Dann machen wir mal so, dass ihr hier die Pakete so ein bisschen besser sehen könnt. Ich spiele ja nicht so wirklich eine Rolle. So, dann haben wir hier Basilikum. Also ich muss sagen, es schmeckt auch ganz anders, wenn man mit frischen Kräutern kocht, als mit diesen getrockneten aus dieser Flasche. So wollte ich eigentlich zum Schluss sagen, aber kann ich auch so nebenbei. Also meine Frau merkt gerade an, ich soll sagen, dass, weil wir haben ja sonst immer nicht mit frischen Kräutern gekocht, sondern nur mit diesen, mit diesen Gläsern. Getrocknete Kräuter und, und, und dann, äh, gemahlene, gemahlene Basilikum und sowas alles. Und meine Frau sagt, das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn man mit frischen Kräutern kocht. Und die sind wirklich frisch, die Sachen, die wir von, von, äh, HelloFresh bekommen haben. Also auch letztens schon, äh, wir sind beide extrem begeistert. Also wir können nichts anderes sagen. Die Qualität war erste Sahne, der Schmack war der Hammer. Außer bei den, bei den Süßkartoffeln. Aber das ist, weil ich keine Süßkartoffeln mag. Aber ich wollte halt Süßkartoffeln nochmal eine Chance geben. Aber es waren schon mal besser als die Süßkartoffeln, die wir so gemacht hatten. Also, es ging. So, und dann haben wir hier dosiert. Äh, das wird irgendein Öl oder irgendwas sein. Dann wieder hier, achso, da habe ich auch eine E-Mail gekriegt. Muss ich euch auch gleich sagen, ich hole mir das nur raus. Da habe ich gestern Abend von HelloFresh eine E-Mail bekommen, wo sie sich entschuldigt haben. Und hier ist nochmal so ein Ding. Ähm, auf diesen Packungen von der Sahne, also von der Kochsahne, die ist jetzt hier ein bisschen eingedellt. Ähm, da fehlt hier hinten irgendwas irgendwie Brennwert oder, nee, ist ja hier. Irgendwas soll da wohl fehlen und da habe ich eine Liste gekriegt, was eigentlich draufgedruckt sein sollte. Und die haben mich entschuldigt und hoffen, dass es nicht so schlimm ist und kommt nicht mehr vor und hast nicht gesehen. Also ehrlich gesagt, mich interessiert es ja sowieso nicht, was da draufsteht. Ich guck nur Kochsahne und dann kocht man halt damit. Also der Rest ist mir eigentlich egal, aber ich finde es halt gut, dass sie es machen. Also gibt ja einige, die sagen, oh, jetzt ist das nicht drauf, jetzt weiß ich nicht, was das für einen Brennwert hat oder so. Und Kochsahne haben wir dann noch und zwei kleine Zucchini. Da kann ich euch auch eine Geschichte erzählen, aber die sind sehr frisch. Ich mache mal wieder so. Ich weiß noch, das allererste Mal, wo meine Frau mit Zucchini was machen wollte und meine Mutter ihre Nachbarin, die hat immer Zucchinis. Und dann sind wir zu meiner Mutter hier gefahren und meine Mutter fragte, ob wir eine Zucchini brauchen. Sag ich, ja, wir wollten sowieso gerade einkaufen fahren danach hier. Meine Frau will irgendwas machen mit Zucchini. Und dann kam meine Mutter mit das Zucchini an. Meine Frau kennt auch nur diese Zucchinis. Also, ja, so kleiner als eine Gurke. Und von meiner, von der Nachbarin, von meiner Mama, von Tante Moni, dann kam sie dann an mit so einer, mit so einer Zucchini. Meine Frau hat so eine Ohren gekriegt. Was ist denn das? Dann hat sie gesagt, eine Zucchini. Aber die sind doch eigentlich viel kleiner. Aber ich kenne die eigentlich nicht kleiner. Aber im Supermarkt gucke ich die nach Zucchinis. Da gebe ich kurz zu. Ich kenne die nur so groß und so wuchtig. Und, äh, war das doch? War von Tante Moni, glaube ich. Muss ich Mutti nochmal fragen. Und, also auf Tante Moni, falls du das siehst. Grüße. Ähm. Ich bin die Kleen nicht gewöhnt. Meine Frau ist die Große nicht gewöhnt. Die hat so, was soll ich damit machen? Die wird ja eh wie nie alle. Aber, hast du denn gesagt, ist ziemlich lecker gewesen, die Zucchini. Also nicht, dass er denkt, größer und keinen Geschmack oder so. Nee, ganz im Gegenteil. So. Dann haben wir hier schon mal eins. Das räumen wir dann auch so, wie es ist, in den Kühlschrank. Haben wir letztens auch gemacht. Wir haben die Tüten so, wie es ist, in den Kühlschrank geräumt. Und, äh, dann hast du nämlich immer alle gleich parat. So, dann haben wir hier noch die Nummer 5. Ich mache erst mal so die einzelnen Beutel und dann die Zusatzsachen. Also das, was eigentlich auch noch in die Beutel gehört, aber eine extra kühle Tüte ist. Mal mal später. Das ist die 12. Das ist die 5. Gebratenes Rindersteak mit Kräuter Zucchini. Dazu haben wir das jetzt. Warte. Obwohl, da brauche ich nicht. Schneiden geht so auf. Und auch die Kartoffeln waren saulecker. Also echt. Wir sind begeistert und wir wollen eigentlich weitermachen. Wir haben jetzt erst mal pausiert, weil wir uns das jetzt durchrechnen wollen und wir heute am besten machen. Aber wir sind, aber wir werden das auch runtersetzen. Wir haben für vier Personen gemacht, weil wir ja vier Personen sind. Die Kleine isst aber gar nicht so viel. Jetzt wollen wir runtersetzen erst mal auf drei, weil die Große ist ja noch dabei. Wenn die Große in der Schule ist, hat die ja Schulessen. Dann machen wir für zwei und dadurch wird's dann halt auch billiger. Also günstiger. So, hier ist Petersil hier drin. Können wir her. Machen wir wirklich gleich. Komm her. Wo wir machen. So, dann haben wir hier nochmal Kartoffeln. Ach, das ist ja süß. Drei Kartoffeln. Drei Kartöffelchen. Und, ach du heilige Scheiße. Ja, da hole ich jetzt nicht alle raus, würde ich jetzt sagen. Ich habe da unten auch noch Knoblauch, der auch wieder komplett abgeschält ist. Also du hast keine Probleme damit. Hier oben ein Stück abschneiden. Dann kannst du das Ding quetschen. Total geil. Und dann sind da zwei Sochenis und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Moorühm drin. Ja. Und auch soweit ich gesehen habe und soweit ich von meiner Frau weiß, ist das alles Bio eigentlich. Meine Frau ist da mega begeistert vom Geschmack und auch von der Frische. Muss ich aber auch dazu sagen, hätte ich jetzt so in der Form auch nicht gedacht. Weil, wo wir das gesehen haben, meine Frau kannte das ja und kam ja da auf mich zu. Habe ich auch nicht gedacht, dass das so frisch ist, weil ich habe gedacht, wenn die für so viele Leute Essenskartons packen und das muss da rein. Dann muss das hier hergeschickt werden, mit UPS übrigens. Ich kriege am Vortag dann immer schon von UPS eine Nachricht. Hey, morgen kriegst du ein Paket. Bist du dann zwischen dann und dann da. Und jetzt war, wann waren wir da? Um neune? Zehne? Zehne. Ja. Zehne in etwa war der UPS-Mann da. Also noch passend zum Mittag, weil wir werden heute davon schon was zum Mittag kochen. Weil die letzten fünf Gerichte sind schon alle. Wir machen dann immer von Mittwoch, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und die zwei Tage Montag, Dienstag mache ich dann irgendwas, weil da ist Frauchen hier arbeiten. Ja. So, jetzt haben wir hier die vierzehn. Also warte mal, ich muss mal die fünf wegpacken. Und da gibt es dann halt, wenn ich koche, gibt es was Einfaches, sagen wir mal so. Das ist die vier. Ich muss gerade mal gucken. Hier ist eine normale Box. Hier ist aber was falsch. Also müssen wir gucken, ob es wirklich falsch ist, weil auf der Karte steht zwölf drauf. Ne, vierzehn ist das. Hier ist die vierzehn. Doch. Und dann haben wir hier, aber hier steht hier eine Nummer. Haben wir hier die vier. Und die zwölf. Also die zwölf wird dann das sein. Okay. Gut. Die vierzehn ist Buletten mit Rahmkohlrabi. Ich habe auch zu vier Gerichten von fünf habe ich auch ein Foto gemacht. Das habe ich immer noch nicht geschafft bei Instagram zu eröffentlichen. Das mache ich heute. Da könnt ihr euch dann angucken, wie es aussieht, wenn es fertig gemacht ist. Papi macht Video, Schatzi. So, dann haben wir hier Petersilie. Glatt. Und guckt mal hier, da ist noch ein bisschen Wasser drin. Was jetzt nicht negativ ist, das ist durch die Frische. Dann haben wir hier, das ist Papas Chefsessel. Das ist keine. Irgendwas wird irgendeine Soße sein, keine Ahnung. Ach so, das kann sein, dass sie das, die Bechamelsoße oder so. Da soll irgendwo was drauf gedruckt sein und das ist nicht. Keine Ahnung. Semmelbröseln. Da bin ich gespannt. Das kann ich euch im nächsten Video dann sagen. Falls wir so schnell nächstes erst mal machen. Ich habe erst mal pausiert, weil wir uns erst mal das durchrechnen müssen. Und gucken müssen, ob das echte Semmelbröseln sind oder ob das auch so ein Industriezeug ist, wie ihr das im Supermarkt kriegt. Aber ich denke mal, das werden echte Semmelbröseln sein. Wenn sie es schon schreiben. Dann halt hier einen Sack Kartoffeln. Auch hier wieder glatt, frisch. Die sind auch noch ein bisschen kalt. So, dann zwei davon. Da reicht der Weg ein, auspacke. Auch wieder schön groß. Dann haben wir hier noch Senf. Für die Senfsoße. Und zwei Zwiebeln. Meine Frau, wie gesagt, kann ich euch sagen. Die ist Himmel aus begeistert. Auch alleine schon für die Kleine. Erstmal wegen der Frische. Wegen frisch gemachten Lebensmitteln. Und mit frischen Lebensmitteln kochen. Ohne Maggi oder so. Ohne Maggi jetzt großartig schlecht machen zu wollen. Ja, machen wir sonst auch nicht. Doch, die komische Maggi-Soße im Glas. Ach so, diese Würze. Würze. Ist doch Maggi. Also ich koche mit Maggi-Tüten. Weil ich koche. Das ist auch kochen. Ich mache den Herd an und es wird aufgekocht. Also kochen. Ich koche auch. Nicht immer vor Wut, aber manchmal schon. So, wie gesagt, das Brot hatten wir hier schon. Äh, Ciabatta-Brot. Auch hier mit Label von HelloFresh und so. Och, steht auch immer alles da. Und hier Kilojoule und alle drum und dran. Ehrlich gesagt, es gibt, denke ich mal, viele, die das interessiert. So wie meine Frau. Ich bin da komplett anders. Also mich interessiert das momentan. Also ich bin ja auch noch nicht so auf Diät. Also ich will demnächst nochmal machen. Momentan interessiert mich eigentlich Jacke wie Hose. Ich gucke mir das Bild an. Gucke, was drin ist. Und dann weiß ich, schmeckt, schmeckt mir nicht. Oder willst du mal testen oder nicht. Ja, und dann ist mir alle anders. Wie viel Kilojoule und Energiebrennwert und so. Das ist mir sowas von Wumpe. Aber meiner Frau halt nicht. Meine Frau ist da anders. So, dann haben wir jetzt noch die Nummer 4. Penne mit Seelachs und Paprika. Also nicht wundern, dass hier jetzt in der Tüte die Hackte für die Buletten nicht drin sind. Sowas ist dann halt immer Fleisch und so in so einer extra Kühlbeutel. Der ist, zeige ich euch nachher noch. Der ist extra, den Wegkuchen aufheben für den Stream, weil da haben auch viele gefragt, dass ich den heute Abend im Stream zeigen kann. Der ist nochmal extra gekühlt. Da sind Kühlakkus drin. Und das ist so ein komischer Stoff, dass halt die Kälte da länger drin bleibt. So. Was hatte ich jetzt? Penne mit Seelachs und Paprika. Ja, genau. Papa! Oder waren die von Erika? Die Sofini? Nee, ich glaube von der Moment. Ich muss mal die nochmal fragen. Ich bin momentan auch ein bisschen durch. So. Und die Nudeln waren letztens nämlich, die Spaghetti-Nudeln, kam meine Frau, die hat gekocht. Ich hab hier im Wohnzimmer auf die Kleene aufgepasst und nebenbei ein bisschen E-Mail und ein bisschen Kram gemacht und so. Dann kam so an, die sind sogar bio! Die sind sogar bio! Mich interessiert es ja nicht, meine Frau findet es toll, aber sie war happy. Glückliche Frau, zufriedene Frau. Was will man mehr? Haben wir zwei... Oh, die sehen aber auch sehr gut aus. Zwei rote Paprika? Nein, darum ging es nicht. Ich hab Papa falsch verstanden. Was hab ich denn da falsch verstanden? Es ging darum, dass du halt, weil es eben nicht gerade preisgünstig ist, dass sie deswegen auch Bio nehmen. Bio-Ware ist immer teurer. Ach so, meine Frau meinte das damit... Das sind normale Nudeln, aber es sind sogar Bio-Nudeln. Ach so, gar Bio-Nudeln. Für den Preis, weißt du? Meine Frau sagt, der Preis ist für die Qualität super. Und sie dachte eher, dass bei sowas dann halt nicht Bio-Nudeln, sondern einfach stinknormale Eiernudeln genommen werden oder so. Und da war sie halt begeistert für den Preis, der eigentlich... Klar ist er hoch, aber für die Qualität, was drin steckt, eigentlich nicht. Und da hat meine Frau eher gedacht, da gehen die mit dem Geld ein bisschen besser mit Haushalten um. Besser klingt scheiße, aber haushalten die mehr mit dem Geld und dann gibt es halt normale Nudeln anstatt Bio-Nudeln. Und deswegen war sie so begeistert. Und guckt euch mal die Qualität an. Also selbst die Paprikas... Papa! Ja! Kühlakku! Das ist kalt! Das muss kalt machen! Das ist kalt! Willst du das Mama bringen? So! Bringst du Papa die Paprika auch wieder? Dann wieder ein Knoblauchzehe... Petersilie glatt! Ja! Also das ist auch wirklich, was viele gefragt haben, wenn jetzt... Also seht ihr ja auch gerade, wenn viele Gerichte mit Petersilie oder Spinat sind, hat man... Dann kriegt man ein großes Spinatbündel und muss sich das selber... Nein! Jede einzelne Tüte ist für das, was man kochen will oder was da draufsteht, komplett... Fast komplett fertig! Und wenn man fünf Gerichte hat, wo Spinat oder was weiß ich mit... Vorsicht, Jona! Vorsicht! Du reißt die Kamera um! Vorsicht, Vorsicht! Spinat oder so mit drin ist... Achso! Willst du den wieder haben? Nein! Wir werden die Tüte probieren! Ja! Kann ich dir gleich zeigen! Dann ist auch in jeder von der Tüte... Von jeder von den Tüten Spinat drinne! So! Wir haben hier nochmal... Oh! Von der gleichen Sorte! Soja! Ich glaube waren auch Will-Bio! Nudeln? Willst du die Mama zeigen? Mama zeigen? Nein! Nein! Okay! Dann auch wieder zweimal Kochsachen, den brauche ich euch jetzt nicht extra zeigen, denke ich mal... Wir haben uns noch nicht ausgesucht, was wir heute... also meine Frau... was heute kochen will... oder möchte... oder... und dann haben wir noch eine Soße... so... Vorsicht! Na mein Papa mal weg! Ist nur... Ich bin nur noch zwei Tüten, Schatzi! Dann haben wir es geschafft! Kannst du die haben? Ja! Die kannst du aber jetzt nicht haben, Schatzi! Das geht nicht! So! Könnt ihr machen, ja! So! Und jetzt haben wir hier... Das ist sogar vegetarisch! Also das ist die scharfe Tomatensuppe! Josi kann ja schon mal hier... Vorsicht! Kannst ja schon mal in die Küche bringen... Nein! Die zarrubt Juna! Du sollst sie gleich wegnehmen! Nimm zwei hier, bring weg und dann kommst du wieder! Ja! Das ist aber ungünstig! Weil dann finden wir das nicht mehr wieder! So! Da haben wir jetzt zwei gelbe Paprikas mit bei! Dann haben wir zweimal Tomatensuppe mit bei! Auch die gelabelt mit HelloFresh! Paprikas! Ja! An was erinnert mich das Bild? Also HelloFresh ist klar, aber alleine die Machart mit Rot, mit dem weißen Kreis und schwarzer Schrift... Gibt es da nicht im Museum irgendwo so eine Büchse in Amerika? So eine große Büchse, die so ähnlich aussieht? Ja! Das Kunstwerk! Von Orhol! Genau! Von Orhol! Sieht die nicht auch so etwa aus? Sie sehen alle so aus! Nein, aber nicht! Außerdem ist das keine Tomatensuppe, das sind wahrscheinlich passierte Tomaten! Pomodorin! Nie! Ja! Das sind bestimmt passierte Tomaten! Ich kenne mich so weit überhaupt nicht aus! Hier nochmal das gleiche! So, hier haben wir dann Basilikum! Gemüsebrühe! Gemüsebrühe! Und ihr könnt euch die... Also ihr müsst nicht das nehmen! Wir haben jetzt noch einmal das genommen, was sie uns vorgeschlagen haben! Weil echt die vorgeschlagenen Sachen, die sind gut! Die sind gut! Man wird ja... Also ich wurde beim Telefonat am Anfang gefragt, was ich so gerne esse und was nicht! Und ich weiß nicht, ob sie das da mit reinschreiben oder so, aber das ist gut! Also eine gute Auswahl! Die sagt Sachen für meine Frau mit bei, für mich mit bei, für die Familie mit bei... Also ich kann mich nicht beschweren, muss ich mal so sagen! So, dann machen wir mal Platz hier wieder! So! Dann auch hier wieder Knoblauchzehe! Gemüsebrühe und das machen wir mal wieder zurück! Und die Paprika! Und dann hier haben wir... Was haben wir hier noch? Dosiert! Also ich denke mal, das wird Tomatenmark sein, denke ich mal! So! Und... Das Brot auch noch! So! Dann haben wir unsere Speisen jetzt durch! Jetzt kommen wir... Zu der großen Tüte! Dafür drehe ich euch jetzt mal so ein bisschen... So! Wie gesagt... Man kriegt das auch ohne Messer auf! Das ist halt so eine Art Plastik... äh... Papier... Kleber! Hier ist nochmal richtig viel drin, diesmal! So! Voller der Walzehe! Wir haben wieder diese Kühlakkus! Die immer noch... Obwohl die jetzt schon... Obwohl es ne Weile nicht steht... Hier ist immer noch ein dicker Eisklumpen drin! Also das muss ich... Ich kann es mir nicht anders erklären! Ich muss da mal nachfragen oder so! Also mir kommt es so vor, als wenn sie das wirklich... Den Tag, wo sie es mir schicken... Einpacken... So machen... Und dass es dann zwei Stunden später hier ist! Also so kommt es mir vor! Wahrscheinlich noch nicht mal zwei Stunden! Oder noch nicht mal zwei Stunden! Ja doch! Von Berlin aus bis hierher sind es zwei Stunden! Weil das Lager von UPS ist in Berlin! Die kommt noch mal von Berlin! Privatjet! Privatjet! Ja! Das können sie euch auch nicht leisten! Auch hier noch fette Eisklumpen drin! So! Dann haben wir hier Butterklumpen! Zweimal Butter! Ich mach mal noch ein Stück! Wartet mal! Ich mach euch mal noch ein Stück rüber! So! Kann man mal ein Stück drehen! So! Dann haben wir hier... Mozzarella! Ich hoffe, ihr könnt es lesen! So! Dann haben wir Hartkäse! Den haben wir vor jetzt mal schon mit beigehabt! Ähm... Ich weiß nicht, ob es der gleiche ist! Aber wir hatten den vor jetzt mal schon mit bei! Für die Nudeln mit... Frag mich nicht, was für eine Soße! Und der war lecker! Der war richtig, richtig lecker! Also kann ich nicht an den Standort sagen! Ich habe ja letztes Mal auch die Richtlinien mitbestellt, die... vom Bild gut aussahen! Aber halt... Also... Die lassen! Besser gesagt... Die, wo ich gesagt habe... Oh! Bild sieht okay aus! Hört sich ein bisschen komisch an! Aber war extrem lecker! Hier haben wir nochmal Hartkäse! So! Dann haben wir hier... Nochmal Hartkäse! Aber... Hartkäse italienischer... In italienischen Hartkäse... Italienisch ist gut! Und... Sind das hier noch andere? Ach so! Ach so! Die sind geraspelt! Und der ist... In der braunen Packung ist gerieben! So! Dann haben wir hier Fleisch! Das Einzige, was uns beim letzten Mal nicht gefallen hat... Was ich auch sagen muss... Wir hatten irgendwas mit Fleisch! Ich weiß jetzt nicht mehr, was das genau war! Da war... Da war... War wirklich nur... Ach so! Das war mit dieser Senfsoße! Da war wirklich nur so ein Stück Fleisch! Also... Nach dem Braten war das halt ein Stück... Also nicht viel kleiner! Weil es wirklich sehr frisch war! Aber echt... So ein Stück Fleisch! Pro Portion! So, so lang! Aber war halt nur so dick! Fand ich persönlich ein bisschen klein! Und ein bisschen wenig! Aber das ist wirklich Meckern auf hohem... Sehr, sehr hohem Niveau! So! Dann haben wir hier... Rinderhüftsteak! Einmal 250 Gramm! Steht da drauf! Ein Rinderhüftsteak! Und davon haben wir... Eins... Zwei... Drei... Ähm... 250 Gramm! Mal gucken, wie das hier ein bisschen kleiner aussieht! Aber sind auch 250 Gramm! Und... Muss ja rein theoretisch nochmal irgendwo was sein! Weil wir haben ja für vier Personen... Mal gucken! So, dann haben wir hier... Fiorelli! Die sehen aber auch... Die sehen sehr gut aus! Und sehr lecker! Kleine... Also die sehen echt super aus! Wie so kleine Blüten! Ich hoffe, ihr könnt das so gut sehen, wie ich es hier sehe! Ich werde mal so machen! Das sieht man vielleicht ein bisschen mehr! Auch sehr frisch! Nein! Extrem geil! So! Dann haben wir hier... Seelachs! 250 Gramm! So! Seelachs 250 Gramm! Also da muss auf jeden Fall Fleisch nochmal fehlen! Achso, wir haben hier nochmal Mozzarella! Den hatte ich ja schon! Dann haben wir hier... Creme fraiche! Creme fin! Dann haben wir nochmal Creme fraiche! Ja! 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 So! Dann haben wir hier nochmal 250 Gramm Seelachs! Zeige ich euch jetzt mal bei der Packung! Und jetzt guckt euch mal die 250 Gramm Seelachs an! Ja, ja! Extrem lecker! Also sieht sehr, sehr, sehr lecker aus! Dann nochmal Creme fraiche! Was soll ich? Diese Kühlakkus gleich rausnehmen, Hasi? Nein, 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 nein! Wenn sie aufgetraut sind, ja! Ne, da ist noch ein bisschen Eis drinne! Ne, da ist drinne! So! Dann mache ich die jetzt wieder hier rein! So! Und dann haben wir hier noch... Rinderhackfleisch! Binnen wir mal! 600 Gramm! Ja, also hier steht 600 Gramm da unten! Und hier guckt euch mal die Qualität an! Es sieht jetzt auch extrem wenig aus! Muss ich jetzt mal so vom ersten Blick sagen! Aber mich hat es letztens auch gewundert, das Fleisch ist, was wir gekriegt haben! Abgesehen davon, dass ich gemeckert habe, dass es halt ein bisschen wenig jetzt ist, ja! Es hat nicht wirklich viel verloren vom Ursprungsfleisch vor dem Braten und nach dem Braten! Und ich denke mal, hier werden wir auch dann nicht viel Wasser drin haben! Weil ich kann euch sagen, ich habe es ja schon mal getestet! Ich habe es ja schon mal in einem Video erzählt! Ich hatte es mal getestet und habe mir... Hier hackt es... Also Hackfleisch! Meine Frau sagt immer, das heißt Hackfleisch! Achso, hier ist Speck! Habe ich vergessen euch zu zeigen! Speck! Von verschiedenen Herstellern geholt! Also Lidl, Netto, Aldi und vom Fleischer um die Ecke! Und es ist wirklich überhaupt kein Vergleich, wenn man vom Fleischer um die Ecke holt zu Lidl, Penny und hast du nicht gesehen! Aber! Jetzt kommt das Aber! Was ich euch sagen kann! Von allen, die wir getestet haben! Also meine Frau hat ja mitgemacht! Also Lidl, Aldi, Penny... Kaufland... Wo haben wir noch geholt? Netto, Penny... Ach, Rewe hat noch... Nee, Rewe hat noch nicht geholt! Netto, Lidl, Penny, Kaufland... Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir noch waren! Irgendwo waren wir noch! Es ist... Überall unterschiedlich gewesen! Aber... Das geilste... Was jetzt hier kurios klingt, denke ich mal... Das geilste von den... Preisgünstigen gehackten... Das hatten wir... Bei Aldi! Das war so eine schwarze Schale, also nicht alle durchsichtig, sondern unten schwarz! Oben eine Klarsicht drauf! War das gemischt? Oder Rind oder Schwein? Ich weiß es gar nicht mehr genau! Gemischt war, glaube ich! Ich bin mir jetzt nicht so sicher! Au! Und das war... Etwa von der Konsistenten... Es hat auch Wasser gelassen... Auch... Viel Wasser gelassen! Also wenn man da 500 Gramm holt, dann... Da hat man 400 Gramm oder so... Wenn nicht so ja weniger! So wie bei den anderen auch! Aber weniger! Bei den anderen ist noch mehr Wasser rausgekommen! Da war noch weniger dann am Schluss! Und der... Der Geschmack war wesentlich besser als bei den anderen! Also das kann ich euch sagen! So! Dann sind wir jetzt hier fertig! Ich habe ja jetzt schon mein Fazit vom letzten Mal eigentlich gegeben, aber... Ich mache es jetzt mal noch ein bisschen kurz und knapp am Ende! Ähm... Von der Qualität her... Waren wir beide... Wir haben beide... Also ich war mehr überrascht als meine Frau! Die kannte das ja schon von anderen YouTuberinnen! Aber dass es dann wirklich so eine frische Qualität ist, war meine Frau perplex! Ich war komplett perplex! Vom Geschmack waren wir beide extrem überrascht! Also es ist kein Vergleich! Also wenn man jetzt die Sachen aus dem Supermarkt holt... Und jetzt die Qualität und das so macht wie die... Also auch die Gerichte... Wenn hier drauf steht, wie lange das braucht... 30 bis 35 Minuten... 30 bis 40 Minuten... Wir hatten da teilweise auch Gerichte mit bei... Wo man das Basilikum zupfen muss und so... Da bist du bei locker über einer Stunde mit bei! Schatzi? Beim letzten Mal, wie lange hast du denn für das längste Essen gebraucht? Das war doch, wo du Basilikum zupfen musstest! Ja! Stunde! Hast du für irgendein Gericht über eine Stunde gebraucht? Ne, ok, über eine Stunde nicht, da hat sie eine Stunde für gebraucht! Also 20 Minuten länger, als was auf diesen Karten steht! Wenn man diese Zeit abzieht, also wenn man sagt, ich mache nebenbei einen Film oder was weiß ich... Und zupfe mir das Basilikum und dann stelle ich mir die Stoppuhr, also gehe dann an den Herd, stelle mir alles hin und stelle die Stoppuhr und koche dann, so wie es auf der Liste steht, kommt man locker mit den 35 bis 40 Minuten in... Ganz dicke! Aber wirklich dicke! Ähm... Inwieweitens, die Qualität war sehr extrem, jetzt auch wieder extrem geil! Der Geschmack, der war... Ich habe so ja Sachen essen, die ich sonst nicht esse! Wie gesagt, ich habe jetzt nochmal Süßkartoffeln eine Chance gegeben und die waren nicht so unlecker wie beim letzten Mal, wo ich sie halt im Supermarkt geholt habe und mir was damit gemacht habe oder beziehungsweise eine Frau mir was gemacht hat. In der Kombination... Es ging! Man kann es eigentlich, also würde ich jetzt sagen, in der Kombination würde ich Süßkartoffeln auch schon wieder essen. Ich weiß jetzt nicht, was das war, Süßkartoffeln mit... Puh, keine Ahnung! Ähm... Ich packe euch den Instagram-Link unten drunter, da müsste dann eigentlich ein Bild mit bei sein von allen vier Gerichten. Eine hatte ich vergessen zu knipsen, weil es den Tagen bei uns ein bisschen stressig war. Aber so... Der Kleinen hat es geschmeckt, der Großen hat es geschmeckt, uns hat es allen geschmeckt. Du brauchst halt nicht los, du hast jetzt einmal ein Paket gekriegt, da hast du für fünf Tage Essen drin. Brauchst halt jetzt nicht nochmal extra einen Supermarkt drin. Und... also außer für Katzen, Streue, Wasser und so... Aber sonst, für fünf Tage Essen ist gut sortiert, nimmt nicht viel Platz im Kühlschrank weg. Für fünf Essen reicht die Dicke, also für fünf Tage. Also wir sind... wir sind rundum zufrieden. Musik kann ich nichts anderes sagen, wir sind wirklich rundum zufrieden. Qualität super, Geschmack erste Sahne, kommt super verpackt hier an. Außer jetzt den Außenkarton, den habt ihr hier sehen. Also da ist, denke ich mal, weil sie auch sich beeilen. Ähm... Letztens war auch noch ein Magnet mit bei, den hat meine Große dann im Flur gefunden, der muss aus dem Paket rausgeflogen sein. Ähm... aber sonst... Die Kühlkette wird nicht unterbrochen. Da hatten auch viele gefragt, ob das nicht schlimm ist, wenn die Kühlkette unterbrochen wird oder so. Ähm... die Kühlkette wird ja nicht unterbrochen. Also jetzt weiß ich ja, dass das mit UPS kommt. Habe ich letztens eine E-Mail gekriegt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Letztens habe ich keine E-Mail gekriegt. Und dann da habe ich gedacht, das kommt mit einem anderen Unternehmen. Und dass das vielleicht ein Kühlauto ist. Das ist aber UPS. UPS-Auto ist nicht gekühlt. Aber das ist so gut verpackt. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier nochmal... Ähm... Das ist Papier. Ich zeig euch das mal. Ich grob mal hier so ein bisschen was ab. So. Aus diesem Material. Das ist auch... Sieht Papier ähnlich aus. Ist aber ganz fein. Also das kann man wirklich... So zerruppen. Also das ist... Zellulose oder was weiß ich. Und da sind dann halt die Kühlakkus drin. Die Kühlakkus auch nochmal auf die Umwelt geachtet. Das sind jetzt nicht so eine. Wie ihr das kennt. Das sind einfach Wasser. Also das Wasser in einer Tüte. Was eingefroren wird. Aber was man halt... Das ist doch kein Trinkwasser. Steht auch drauf. Kein Trinkwasser. Nur für Pflanzen und so. Für Nachhaltigkeit und so. Also braucht man nur das Plaste wegschmeißen. Auf gut Deutsch eigentlich. Und das ist auch das Einzelplaste. Außer das, was halt um die Lebensmittel drum ist. Sonst ist alles super verpackt. Na gut, die Folien und so. Aber echt. Na gut, da... Ne, doch ist so ein bisschen mehr. Ja, gut. Aber sonst... Erste Sahne. Also wir sind mega begeistert. Wie gesagt, Kühlkette wird halt dementsprechend nicht wirklich unterbrochen. Weil das ist so gut verpackt, dass das Arschkalt da drin ist. Wir haben keinen negativen Aspekt irgendwie kennengelernt oder so. Wir sind von allem rundum begeistert. Und wir würden echt liebend gerne weitermachen. Ich weiß nur nicht, da muss ich mir nochmal Rücksprache halten, wie die das immer halten mit dem Abbuchen. Beim ersten Mal wurde das ja vorher abgebucht. Jetzt ist das Paket da und wurde nicht abgebucht. Da werde ich nachher mal den Kundenbetreuer oder... Und da hast du so ein Online-Chat. Und dann kommt der Betreuer dazu. Und dann werde ich mal fragen, wie das mit der Abbuchung aussieht. Wann da immer abgebucht wird. Und ob man sich das aussuchen kann. Weil wenn dann wirklich immer nur einmal im Monat abgebucht wird, immer Ende des Monats, für die Pakete, die man hatte, werdet erste Sahne. Oder wenn man sagt, mit Anfang und Mitte des Monats, also dass man immer zwei Pakete bezahlt oder so. Wäre auch super. Aber so zwischendurch, was weiß ich, weil ich am Anfang vom Monat immer alle drunter hole. Ich mag das nicht, wenn das Geld so lange aufs Konto liegt. Ich habe da irgendwie eine Macke. Ich weiß nicht, warum. Dass sie dann am 10. abziehen wollen und da ist alle drunter geholt. Dann müsste ich dann halt nochmal Geld wieder raufbringen. Weil ich gebe ja das Geld vom Anfang des Monats wirklich aus. Ich pack mir das ja weg. So. Aber nichtsdestotrotz. Von uns. Achso. Die Butter war jetzt nur hier rein zu packen. Von uns vieren. Ein mega Pluspunkt. Wir sind begeistert. Es ist lecker. Es kommt gut verpackt an. Also wirklich erste Sahne. Von uns auf jeden Fall einen Daumen hoch. So. Ich mache jetzt hier einen Schlussstrich. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ahoi. Sagt euer Odin. Von uns Tests. Oh, EINTS TEST. Untertitelung des ZDF, 2020